Langt die Arme. Jawoll. Ja, wir tun alles dafür, dass alle Mitarbeiter vernünftig retten können, gut retten können und zügig unterwegs sind im Wasser. Es ist wie ein Film. Man sortiert sich einmal kurz, springt, rettet, holt raus und tut das, was man kennt. Gut abgetaucht, prima. Ich habe viele Erfahrungen gemacht und alles das, was ich mir aneigne, lerne, selber lerne, gebe ich dann unheimlich gern auch an die Kollegen und an die neuen Kollegen weiter. 50 Meter Schleppen in Kleidung. Kleidung habe ich euch mitgebracht. Knopfleiste zu. Einfach rein. Jawoll. Super, Lina. Weiter so. Kraftvoll die Beine zusammen. Prima. Wunderbar. Anstrengende Aufgabe. Habe ich recht behalten? Ja. Was ich sehr schön daran finde, ist den Erfolg am Ende zu sehen, wenn ich es geschafft habe, zum Beispiel meine Kollegin im Wasser mit den Klamotten abzuschleppen. Das Thema Herz- und Wiederbelebung. Schneller drücken. Gleichmäßig, schneller. Schöne Beatmung. Wunderbar. Und drücken. Zeig. Jawoll. Jetzt hast du ein gutes Tempo. Wunderbar. Da ist sie schon. Ich bin total stolz darauf, dass wir diesen Preis erhalten. Die Arbeit wird anerkannt mit dem, was hier am Beckenrand von den Kollegen wirklich geleistet wird. Ja, wir sind auch ein bisschen stolz.